Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, genauso wie der Jan hier an meiner Seite in Form der Helena. Ich wusste schon immer, Jan, dass du weibliche Züge hast. Hallöchen. Hallo Oldie, hallo zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Riese oder dieses Riesenmonster hingelaufen ist. Ja, bestimmt hier drüben, da können wir direkt mal durchgehen, in der Hoffnung, dass wir natürlich gleich wieder einen auf der Fresse kriegen. Ah, ich muss mich hier hochschmeißen. Ach, ja. Ah, okay, die sind bei mir. Oh. Ich bin jetzt verlarvt in der Anna. Ich schieße doch auf die Dingels. Zurück. Bin ja gar nicht da. Ja, gut. Boah, der läuft ja. Ja, komm doch, ich muss da erstmal looten hier. Achso, ich muss hier hoch. Okay, wir können hier ein Auto kurz schließen. Sherry, gehen Sie ans Steuer. Achso. Oh Gott. Bam, 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 bam. Nein. Oh, das ist mies. Bam, 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 bam. Jawohl. Okay, Bewegung. Roger. Oh. Bus kommt. Jawohl. Verdammt. Wieso stirbt er denn nicht? Hör sie bloß auf. Aber vielleicht können wir ihn zu viel erledigen. Nein. Nein, Bugs. Oh. Du musst doch immer bei dem Vogel stehen. Ja, ja. Schnell weg hier. Unter. Jawohl. Jawohl. Okay, hier ist ein Knopf. Nee, kann ich gar nicht benutzen. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn wir da raufschießen, oder? Ist er da oben hin? Wir müssen irgendwas mit dem Kran machen, aber was? Oh, jetzt noch gerne. Okay. Hat Ersatz dabei? Hat Ersatz dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Ja, komm. Okay. Überleg, überleg, überleg. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich denke, er muss sich übertreiben. Leider. Was macht er jetzt? Hat er sein hinten eingesperrt? Ist denn irgendwas mit dem Kran oder so? Ist nur nicht was. Mal machen und mal gucken. Oh, jetzt hat er mich. Danke. Ah, da sind jetzt die Gasflaschen. Also, er schluckt auf jeden Fall was, ne? Ah, es hat dann wieder. Jawoll. Super. Oh, oh. Yes. Sauber. Blockbuster. Blockbuster. Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Ob Sie zurechtkommen werden? Hoffen wir, dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein. Nice nass. Nice nass. Hören Sie nicht? So. Schon mal einer weniger. Das können wir auf jeden Fall erst mal Lutherich hier machen. Können wir hier oben noch? Wir haben seit dem Absturz nicht zu Ihnen gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Elgin Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Hm? Können wir auf jeden Fall erst mal wieder unseren Muni auffrischen. Das ist ganz gut. Hey, Linda. Super. Super. Oh, da muss schon eine Maschine kommen, keine Ersatzteile, verstehst du? Man, da muss vorbeizukommen hier. Er hat gesagt, dass die Simmons im Kronen-Lung-Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen bahnen. Okay. Durch den Markt. Oh, hier gibt es Hähnchen. Lecker, lecker. Ladung. Oh. Da hinten ist ein... Oh, der Schatten. War wieder so ein übelstes Ding. Aber du hast wieder nicht gesehen, was? Nee. Na? Mal gucken, ob es hier Luthorich gibt. Achtung. Hier lang. Da ist wieder so ein übelstes Monster. Was war das? Ärger. Was schießt du? Auf dem Huhn. Ah ja. So, mal gucken. Links, rechts. Hier irgendwo reinkommen. Hier sind die auf jeden Fall Türen. Ah. Okay. Hier drüben. Ja. Kann man rein. Das ist aber nichts. Nur Money. Wünschen gehen wir nicht auf den Sack. Die liegen auf jeden Fall wieder. Zombies. Hä? Hier ist eine Tür, wo die wir aufbauen können. Komm mal her, wo ich bin. Du? Ja. Mal zurückgehen. Wunderbar. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Ich sehe ja, wo du bist. Jawohl. Nice. Dann hier rechts nochmal. Hier geht es auch nochmal rein. Das ist eine Kühlkammer. Die kriegt man aber nicht auf. Haben wir hier schon? Aber hier? Nee. Ach doch, hier ist auch nochmal. Ah, okay. Zack. Okay, nice. Dann hier wieder zurück und dann können wir hier durch die eine Tür durch. Wir hoffen, dass es da... Ja, gehen wir erstmal hier durch, würde ich sagen. Genau. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ah, ist abgeschlossen. Okay. Aber wenn man stolpert, dann kriegt man ja immer angezeigt, dass wenn der Gegner irgendwie... dass wenn der Partner irgendwie in Gefahr ist. Ja, das ist rot, ne? Hier ist auch... Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hier ist auch zu. Okay, dann müssen wir also andere Wege finden. Hier ist auch nochmal eine Tür, ne? Oder müssen... Der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja. Alter, das sind drei Türen. Ein schönes, schönes Laborin, ey. Ja. Gut, zeigt mir auf jeden Fall an, laut Karte, dass wir geradeaus müssen. Hier ist auch nochmal eine Tür. Ja. Müssen sie von der anderen Seite öffnen. So ist es. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Na gut. Und da ist die Karte. Dann muss man sie öffnen. Okay. Durch grün. Oh oh. Nein. Das Ding bastelt sich zusammen. Ja. So hier aus. Oh, ist das eklig. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, die Bewohner wollten ihn abwehren. Lecker. Der ist mal was anderes. Ja. Der ist mal was anderes. Was ganz anderes. Iiii. hoffentlich sind die nicht so schnell. Oh. Ähm. Scheint sich aber schnell zu bewegen. Okay. Oh, hast du den schon platt gemacht? Nee. Nee, der bastelt sich wieder zusammen dann, ne? Ja. Das klappt nicht. Ja. Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Ja. Okay, wir müssen erstmal die Schlüssel suchen, Digga. Ja. Entweder sucht jeder einen Schlüssel, was aber fatal wäre. Okay, jetzt Sackgasse. Okay, hier kommen schon Zombies. Oh, nee. Hier ist eine Treppe, Digga. Hier ist eine Treppe bei mir. Warte. Okay, einen Schlüssel habe ich. Oh, sehen Sie, einen Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Einen Schlüssel habe ich. Wo bist du? Ich habe, der hat mich. Oh. Hau ab hier. Komm hier lang. Bleib hier lang. Oh. So, und jetzt hier ist ein... Ach, hier können wir beide hoch. Okay. Können wir wahrscheinlich... Hier kann ich dich rüberschmeißen. Jetzt musst du wahrscheinlich auf der anderen Seite den Schlüssel finden. Ja, ich gehe hier wieder runter. Okay, warte. Wie gesagt, mit L1 kannst du die Karte aufrufen, ne? Okay. Zeig dir an, welche Richtung du laufen musst. Okay. Sie müssen sie von der anderen Seite ausöffnen. Ja. Hier kannst du die... ...Türen dann aufmachen. Oh Gott. Moment. Mach auf. Los. Okay. Komm mal. Boah. Wo bist du? Ach, hier. Nee, wo... Hast du die Tore hier schon aufgemacht? Nee, komm da nicht rein. Nee, hier. Hier stehe ich. Hier. Nee. Du musst hier vorne bei mir, wo ich bin, die Tür aufmachen. Da hinten komme ich noch gar nicht hin. Warte. Ja. Ja. Gut. Okay. Komm mal. Hier, hier ist ein Schlüssel. Muss ich aber rein irgendwie. Hier. Genau. Und hier ist ein... Boah, ist noch so ein Vieh. Und hier ist ein Schlüssel drin. Achtung, die hole ich. Zack. Und jetzt können wir raus. Boah. Da hinten. Einfach folgen. Okay, da kommen wir nicht lang. Ist elektronisiert. Müssen wir einen anderen Weg finden. Ja, vielleicht durch die... Ah, ein Fischladen. Lecker. Oh, hier ist auch rotes Zeug. Kann aber nicht mehr nehmen. Super. Sehr gut. Ich auch nicht. Achtung, Vieh kommt. Zwei sogar. Okay, was können wir machen? Am besten hier... Oh. Am besten hier raus. Oh, das hat er. Damte Axt. Warte, wir müssen hier erstmal raus. Genau. Oh. Brenne, du Mist. Wie so. Ich nehme mir jetzt das rote Zeug. Kombiniere es. Okay. Ja. Wo bist du? Immer noch da hinten. So, die bauen sich gerade wieder zusammen. Also da kommen wir... Wir müssen irgendwas finden, damit wir hier den Strom ausstellen. Nur was. Aber vielleicht von tausend verschiedenen anderen Wegen noch ran. Ja. Wo bist du? Ja. Vielleicht die Richtung, genau. Ach, warte mal. Nee. Geh nochmal zurück. Ich bin mal auf sie auf dem Dach gegangen. Super durch. Oh ja, vielleicht kommst du da von da hinten lang. Wo bist du denn da hochgegangen? Äh... Macht nix. Versuch da, die Däne-Tür aufzumachen. Da, wo wir den zweiten Schlüssel gefunden haben. Ah ja, ich sehe. Da bin ich weitergegangen und da eine Leiter hoch. Ja, ich glaube. Ich weiß, dass du meinst. Ja. So, wo ist der Schlüssel? Der ist dahinter. Ja, hier kommt man aber auch nur runter, ne? Ja, ja. Ah, fatal, fatal. Ah, fatal. Ah, fatal. Na, komm ich nicht lang. Ah, ah. Heute kommen immer mehr Viecher, ey. Ja. Soll ich da mal ran rangehen? Äh, wenn ihr gedacht... Ne, 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 wir müssen den Strom abstellen, aber wie? Mal gucken. Müssen vielleicht hier dieses Kabel... Ah, warte mal, hier ist doch ein Hebel. Der ist doch blind, ey. Okay, jetzt können wir durch. Warte, ich komme. Ah. Ja, das gehört alles dazu. Man muss hier Stress machen. Voll. Und da ist der Schlüssel. Fuck. Jetzt verschwinden wir von hier. Ja, oder auch nicht. Auch nicht. So, bloß weg jetzt. Komm. Genau. Müssen wir erstmal hier geradeaus durch. Oder? Da lang? Ja, hier. Auf linker Seite ist das. Ah, hier. Hm? Ist offen. Komm, drück. Ahm. Jetzt kommen sie jetzt erstmal nicht rein hier. Ne. Was soll dann? Vorerst. Vorerst. Falls sie wissen, wie man eine Tür aufmacht, dann sind sie natürlich. Oh. Oh. Hinter mir. Schieß doch. Mach ich ja. Jawohl. Macht Gulasch auf dem Ziel. Geil. Spritzel, Spratzel. Das sieht alles sicher aus. Das sieht alles sicher aus. Nee, nicht, dass wir Simons verpassen. Okay. Ähm, hier ist nix weiter, ne? Nö, ne? Oder, warte? Ah, nee, da kommen wir gleich lang. Okay. Ja, dann können wir hier direkt weiter stolzieren. Hey, super. Das ist für meine Mekdom noch keine Munition gefunden. Schade. Ja, wie bei Teil 5 wieder, ne? Ja. Hat man mal acht Schuss gehabt und das war dann auch. Oh, da ist Ada. Ada Wong. Ada. Folgen wir ihr. Die sieht auch so ein... Ja, die Helena sieht auch so ein bisschen aus wie Mila Jogovic, wa? Vom Gesicht her. Die führte auch irgendwas um Schilde. Okay. Hä? Ich geb die mich schon da oben, die kleine Drecksau. Wir müssen es zum Aufzug schaffen. Schnell! Genau. Mit L2 dann rutschen. Also mit nach vorne X zum Sprinten, ne? Und dann L2. Oh, ich hab keine Zeit für Sprinten. Aber ich komm da nicht rein. Die sollten das gehen. Mensch. Ach, wir müssen die Glasdinger zerstören hier. Guck mal. Okay. Sie sind schon da. Hier, die Glasdinger zerstören. Komm schnell her. Oh. Ja, oder raufschießen geht natürlich auch, ja. Wir haben keine Zeit zu warten. Ah, keine Zeit. Hupsala. Nehmen wir halt die Treppe. Nein, in die Tür gelaufen? Ja. Okay. Kriegt noch gute Munition? Natürlich nicht. Scheiße. Dann brauche ich hier meine... Okay. Oh, oh. Hm? Oh, hier ist auf jeden Fall Luterich. War ganz schön viel. Nur der Monacht laden, die einzelnen Waffen. Ja. Wir sind wieder ein bisschen schrotig. Okay. Hey. Hier drüben. Sofort. Dann muss man hier auf Trab halten, dann wird er immer ganz nervös und dann wird er mal laut. Oh, hier ist auch ganz gut Luterich, was? Hm. Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Ja, auch nicht. Mir auch nicht. Man weiß, ob dunkel ist. Hm. Und man kann nicht laufen. Die Kammer des Schreckens, ja. Und man kann Waffe nicht wechseln. Echt nicht? Zielen kann man auch nicht. Gut, dass ich meine Schrotflinte habe. Oh, oh. Wird bestimmt jetzt mit Gas gefüllt, wenn wir uns dort irgendwas einfallen lassen. Oder wir müssen durch die Glasscheibe hier, wenn es geht. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Oh nein. Oh nein. Was hat sie vor? Will sie uns vergiften? Ach du Scheiße. Einfach einmal raufschießen. Achtung, hinter dir. Ja. Ich frage sie, sobald wir sie haben. Ich versuche, ihnen das Schloss aufzumachen. Achtung. Oh, Mann. Manuell zu umgehen. Ja, aber. Manuell zu umgehen, ne? Du bist lustig, ey. Ah, warte mal. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Ich umgehe das Sicherheitssystem. Sie kümmert sich um unsere Freunde. Oh nein. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Du musst es mehrmals machen. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Ja. Und der andere muss den Computer hacken. Ich mach mal das mit dem Computer. Ja, das ist aber nicht leicht, ne? Weil du musst da diese Kasten-Kombos drücken. Okay, wir schaffen das. Atmen Sie durch und dann von vorn. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Geht's? Noch nicht. Hm. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Sicherheitsverstoß. In Raum 0. Gut. Die Hälfte sind geschafft. Sicherheitsverstoß. In Raum 1. Äh. Aktiviere Verriegelung. In Raum 1. Oh Gott. Ah, jetzt dann können wir durch. Super. Jemand möchte nicht, dass wir EDA kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Komm mal, aber hin. Oh nein. Achtung. No. Jetzt können wir durch. Wurde schon gelootet? Hä? Warte mal eben. Warum wurde hier schon gelootet? Keine Ahnung. Die Kisten sind offen, ne? Also, kommen wir hier durch. Warte, warte doch mal. Was denn? Was willst du denn machen? Hier kommen wir nicht durch. Müssen wir wirklich da hinten hin? Fuck. Oh, wir müssen EDA verfolgen. Ich wusste doch, die führt was am Schilde. Ja, ja, schon gedacht. Hat Spaß gemacht. Räder. Jetzt? Aber war zu langsam, oder? Keine Ahnung. Nö. Oh, nee. Verjahrt uns. Aber ja. Räder. Keine Ahnung. Da ist sie. Halten Sie sie auf. Ich hab sie. Ah ja. Gänst du den? Chris, mach mal keinen Scheiß. Niceness. Niceness. Chris. Leon. Was machst du hier? Er sich mit deutscher Stimme anhört, ne? Reicht. Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem. Nein, tut sie nicht. Das war Simons, der nationale Sicherheitsberater. Deswegen hier hab ich meine Männer verloren. Hab ich über 70.000 Menschen. Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Oh, fuck. Und er weiße. Yo. Ist noch mal kurz getürmt. Wer ist da denn eigentlich der Elena für den grünen Schnabel? Ich weiß auch nicht. Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simons. Sehr schön. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simons. Niceness. Echt nice. Und. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Dann bleib ich mir hier mal stehen. Wunderbar. Ja. Ja Leute. Ihr wollt wissen wie es weitergeht. Wir auch. Auf jeden Fall. Und schaltet am besten dafür in die nächste Folge. Da sehen wir uns dann wieder. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch ein fürs Einschalten. Und verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat. Würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und ein Däumchen nach oben sehr sehr freuen. Gut meine Lieben. Ich sag dann mal Tschüssing. Vielen Dank noch an Jan. Ich sag dann auch mal Tschüssing. Liebe Leute. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.